Musik Hallo YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Counter-Strike Global Offensive Video Und ähm Diesmal spielen wir einen neuen Modus, der Wettrissen heißt Den der liebe Steven gekauft hat und da ich zu seinen Freunden gehöre Kann ich dir mitspielen War spielen wir eigentlich gegen CPO dagegen Wir spielen gegen normale Spieler Und auch im Platz 2 Klar bist du das, ah, ah, das bist du, nein Wir schießen Boah, ich bin ehrlich jetzt aus dem Spiel Alter, das sagt ja für Probleme Das stoppt mich Jeden Tag, jede Stunde, 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 jede Stunde Ach, best Okay, ich kenne die Mapier nicht Ja, das ist eine Nomad, dies ziemlich Wieso? Okay, hier ist es Ah, ja, genau, das ist Waffenspiel, also du, wenn du kill machst, bekommst du eine neue Waffe Ah, alles klar Ach, das war echt mein Kill, also keine neue Waffe Jetzt war ich gerade in so eine Art Bücherei Nein Nein, da kommt doch einer von rechts Ich fasse es nicht Also, wer ist denn mal mit neuer Waffe Geht doch Mein erster Kill Abgesäckte Schrotflinte Ja, der Rest er, ne? Ja, die, die ja jetzt eine Schrotflinte haben, die So, jetzt hab ich ihn wirklich nicht So, ich bin jetzt auf dem Dach Nein Was für eine Entfernung Schießt der da mit der Knarre, bitteschön? Hier ist glaube ich einer Ne, das kann er Nein Oh, mein Gott Jetzt werde ich wirklich die Waffen wechseln erstmal, als ich leer Oh, das war Heady Hm, dieser Mist So, da geben wir jetzt schon so hinten vorbei Und der Fremdliste entfernen Und scheiße Rande Wind Endlich wieder mein Oh, das bist du! Ich bin genau hinter dir Okay Endlich wieder mein Oh, das bist du! Ich bin genau hinter dir Wow, ich bin hinten aus dem Haus runtergefallen Mh, oh, gerade noch, gerade noch konnte ich den wegsmashen. So. Ey. Ach, Kinder. Mal so, man wird von einem aus einer mega weiten Entfernung abgeknallt und dann sieht man sich an, welche Waffe der hat, dann hat der eine normale Pistole. Ja, ist so. Ist das zu wissen. Oh. Das war eine schnelle Runde. Ich war zwar auf dem letzten Platz, aber das war eine schnelle Runde. Okay, dann machen wir das ab jetzt so wieder drei Spiele dann. Ja. Alles klar. Woher, das sie haben, mit größten Suster geht es jetzt so, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Aber ich sehe da gerade, da unten. Ja. Ich glaube, das selber hat sie aufgehoben. Warum? Also, bei mir geht es weiter. Aber wieder mehr Appetit ist nicht keiner. Ja, die Map ist ziemlich kleiner als eine Schrotflinte, würde sie anbieten. Oh. Dann sehen wir mal, ob wir das Vergnügen haben. Wo gehst du hin? Der ist ein Antiterrorist. Ja. Ja. Okay, die Spiele mit der Schildschirm, die können wir verändern. Nein, ich habe schon einen. Ja, auch ein paar. Oh. Das Spiel ist statt, das jetzt. Schade. Weg ist Bom. Wow, ich kann mich nicht bewegen. Ja, das geht. Okay, los geht's. Ich glaube, ich bin hinter dir. Ich war hinter dir. Nee, war schon nicht. Ich bin frei, ey. Ich schieße mich. Ah, ich bin genau hinter dir. Ich habe ihn. Danke. Wow. Weiter geht's. Wow. Der nimmt wie eine Waffe. Das hängt. Nein, jetzt habe ich ihn doch noch erwischt. Oh, der wurde von seinem Bein gerissen. Loll. Ich habe jetzt zwei, ähm, da runterknallt. Nein, ich bin von oben runtergesprungen, habe den Headdy gegeben. Nice. So. Au. Oh, das ist du. Oh, ich habe dir, ich glaube, ich habe dir gerade ausversehen, Headshot gegeben, als du vor mich gedacht. Wir spielen dann an den Kielzeichen, die P-Nexi. Oh, die mit der Shotgun, die geht, die gehen hier in diese Malwapp. Oh, ich bin hier oben. Ich habe auch schon eine Shotgun, jetzt die Nopra. Ah, okay. Schon wieder. Ich glaube, ich habe schon gut verraten können. Ich bin gleich komplett durch, ne? Oh, ich habe jetzt die Project 90. Scheiße. Oh, schon wieder Project 90. Nice. Ja, jetzt habe ich auch mal eine Shotgun. Boah, Junge. Nein. Aber das war eine Shotgun, wo man... Na rede im Schluss, erst mal... Oh, ich habe wieder eine Shotgun. Endlich habe ich... Steck dich, steck dich. Ach, scheiße. Ja, jetzt habe ich meinen Lieblings Shotgun. Und die hat gleich gesessen und deswegen habe ich jetzt eine schlechtere Shotgun. Ich kasse diese Schrotflinte. Ey, wie die einfach hinten ist, boh. Ich konnte einen noch mitnehmen. Mit der Galle trifft man. Oh, mein Gott. Endlich. Nein. Gämpfeste. Nein. Ich habe übrigens abgesagt. Ja, ich hatte. Ah, ich habe es mal. Ich habe gesehen, wie es umgebracht wurde. Ja, ich habe es auch gesehen. Oh, da kam halt einer mit einem Sniper-Gewähl oben rum. Hier ist einer beim Spawn. Hier ist einer beim Spawn. Hier ist einer beim Spawn. Links beim Spawn mit einer Project Ninety. Weitfalls gerade. Ah ja, bis zu immer noch da sein. Ja, hier ist einer beim Spawn. Ja, der ist ein Kau. Hey, du Hodenhörnchen. Alter, jetzt. Ja, jetzt mal im Ernst. Ist der hässlich? Ist der hässlich? Ist der, ist der Müsse zu, zu flitzen oder weiß ich nicht. So, den hole ich mir jetzt. Den hole ich mir jetzt jetzt. Von dem weiß ich ja jetzt, wo er ist. Deck mit dir! Headshot! Wie ist das denn? Nein! Ihr wisst nicht! Fries doch! Ich hab die AWP! Oh Headshot! Nein! Ich hab letzte Waffe. Scheiß! Okay, jetzt bin ich bei den Pistolen angelangt. Okay. Ich bin jetzt selbst. So, jetzt bin ich der Armand Hälte. Jetzt habe ich die Klima und mein nächstes. Nein! 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 Why did it? Oh, ich hab dir! Den Kopf geballert! Okay. Frist auch die Kugeln! Oh, ich bin nicht bester! Ich auch nicht! Hey! Hey! Hey, der hat einen Waldlaub bekommen! Ich glaub' ich das nicht bekommen! Hm! Ich hab' dieses Gefühl, wenn irgendjemand vor dir war und eine endgeile Wummer gefunden hat, dann so so... So, Kartenabstimmung. Wie kann man eigentlich eine Kartenabstimmung wieder wegmachen, wenn man ein Häkchen schon nur gesetzt hat? Gar nicht! Gar nicht? Weil es war mal bei mir einmal, dass irgendein Häkchen platziert ist und dass es wieder verschwunden ist. Hm. dann werden wir wieder die gleiche Möglichkeit haben. Gehen wir mal zu. Ich bin schon Antisicherer. Mach ich mal automatisch. So, und gleich mal in der Aufwärmphase erstmal abgeknallt werden. Wer hat das gehört so? Aufwärmphase? Ich will mit den Tänzen... Ich gehe in die Wand schießen! So, 3, 2, 1... Und los geht das! Na MP9! Direkt erster Kill! Zweiter Kill! Die erste Kill! Die erste Kill! Wow! Die erste Kill! Die erste Kill! Die erste Kill! Sooo! Die erste Kill! Ich will nicht lassen! Nein! Okay! Sooo! Weg mit Dir! Ey, da bist Du ja! Ja, da bin ich! Ich werd geballert, im Haus! Ich bin besser, dass du gar nicht gespiegst. Was ist denn mein Gott? Was bist du? Du, jetzt habe ich die Mag10. Oh, bitte. Oh, der war hinter mir einer. Oh, der hatte sozusagen noch einen Shotgun. Ich muss der beste sein. Nein! Es kommt so mega mit der Schrotflinte. Wieso, w-why you do that? Habe ich mich erschrocken? Okay, ich bin besser. Ich bin besser. Das ist sie plötzlich von hinten. Ja! der Projekte wie alle immer zu uns ich schließe das ja auch schon da ist kein Schwerpunkt ja er schaut da mit der Waffe nicht treffen ja ja schon wieder meine Lieblingsschrift Wieso habe ich die nicht länger? Oh nein! Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht! Ich habe so'n Fettis-Tel da. Das, was man sich auf den Rücken bindet. Ja, na bitte! Terrorist win! Ist ja klar. Der hat 27 Kills und drei Tode. 27 Kills und drei Tode. Hm. Nein. 13. 13. 13. Er sagt, dass wir gerade sind. Das ist die Schutz. Drei Spiele aus Verstehen. So. So. So, diesmal... Ne, lass mal schon den Terrorist. Wo? Okay, okay, da geht's. Antiterrorist. Woll! 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 Ey, geil! Woll! 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 Läuft! Du bist so begehrt, dass ich selbst seine Freunde töte. Läuft bei mir. Lost Kids! Schnappen wir sie uns. Haha, wie hässlich Weißt du, bei dem Magazin der Geschoss sind bei der Mannachter Ich bin noch nicht bereit zu gehen Ja Ja Oh, schade Nice, endlich, jetzt bin ich mein Dritter Ein einziges HP Nice So, weg mit dir Beim Spawn, beim Spawn Nein Ah, der hatte meinen Lieblingsshot hier Mist Oh, zwei Errungenschaften Wieso, eben mal von hinten? Der, wie heißt der, das? Ja, die Feinde wirks immer von hinten Der ist Murphy dessen Oder ist Hessen Nein Nein Wir müssen beide nachladen Dann ist über dem auch noch einer Mist Ey, wir haben von der Sau nach dem Ich kann drauf gehen Ja, ja Ist der Shotgun Action Ja, ich auch Die Nova, ne? Ja, ja Mist Mist So, wieder die Nova Oh, 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 oh Was, was, was? Boah So, wieder die Nova So, wieder die Nova So, und hier haben wir ihn Endlich die Merch So, und schon wieder die Nova Oh mein Gott, ich hab mich selbst getötet Warum machst du sowas? Den, ne, ich mein den Bot Stevie Nice So, und das ist so plötzlich solche Kollegen an unserem Storm Warum macht die sowas? So, und wieder die Nova Gehen wirs an Ah, als nächstes krieg ich die Mag Super Nice, jetzt hab ich die Mag Ich hab schon wieder die Nova Fuck Ah, das warst du Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ähm So, ich bin wieder mit der Nova unterwegs, oder? Nur damit du es weißt Ich bin bei Nova Storm Muss nach deinem Storm Und gleich nach So, wieder mit der Nova unterwegs Ich glaub ich hab ne Art Bug gefunden Ich glaub ich hab ne Art Bug gefunden So, na bitte Ich hab einen getötet Jetzt bin ich mit der Mag dabei Und? Getötet Aber wieder Magage Ich bin jetzt ausnahmsweise mal wieder im Rennen Mit meiner hässlichsten Waffe Sie wäre Die SG Dann kommt die auf Nein, da muss ich nachladen, da muss ich nachladen Nein Kämpfe ist sowieso das letzteste So, den hab ich Und bin wieder bei der Nova Oh Genau, als da einer stand Mein Gott Okay, das waren jetzt glaub ich drei Spiele, ne? Hm, das waren jetzt drei Spiele Okay, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen Und würde sagen, wir sehen zum nächsten Part wieder von Contest 3 Global Offensive Dann Ciao Ciao Ciao